Moin und herzlich willkommen, Freunde. Es ist wieder Spieltag. Bochum, Hoffenheim, 15.30 Uhr. Es wird heiß. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Wir sind kurz vor den 4.000 Abonnenten. Auch gerne jedermann ein Abo droppen. Ist kostenlos. Auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieser Vlog wird euch gefallen. Viel Spaß! So, mein Tipp, Leute, Bochum, Hoffenheim. Ich habe noch nie ein Ergebnis richtig gedippt. Vielleicht diesmal 3-1, Bochum. 3-1. Das ist gut, wie ich gesagt habe. Wir haben hier die Wäge genommen. Das ist gut, aber gut. Ho, 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 ho. Wer bist du überhaupt? Levi. Levi, wie alt bist du? 8. 8 Jahre alt. Wo kommst du hier an? Aus dem Wagen. Und du spielst doch Fußball, aber warte, warte mal ein Schilder. Ich weiß nicht, was wir tun. So, jetzt sind wir hier. Du spielst in welcher Positionen? Stürmer. Der Betroger schon schossen ist hier? Weißer. So viele Tore, dass es gar nicht mehr weiß. Was gibst du denn für unser Spiel heute? Wo haben wir die Hoffnung? 3 zu 0. Mit der Nummer 1 im Tor unterstammt von Manuel! Viva! Den Dreiter Nilo! Viva! Mit der 4 Erhard! Viva! Wir sehen der Strahl, Denny! Viva! Mit der 8. Kapitän Toto! Viva! Die 10er Kuba! Viva! Mit der Rücken Nummer 16 Konstantinos! Viva! Die 20 Edris! Mit der 24 Fassi! Viva! Mit der 38 Enorat! Mit der 40 Sebastian! Viva! 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 So, wie immer nehmen wir dens Ansatz mit Personen. Viva! Viva! Ja, wenn ich tähän'! Das muss schwierig nach hinten spielen! Den做, den Riesmann mal mitnehmen. Das war 100% goal, Polizisten. Oh mein, oh mein, das ist ein Vollfall. Halbzeit, die erste Halbzeit war eine reine Katastrophe, also die erste Halbzeit war echt eine reine Katastrophe. Was Herr Holtmann auch mal wieder für Schonsen vergeben hat, unglaublich, das kann nicht sein. 0-0, ist jetzt nichts Willens passiert. Wir hoffen, dass wir wenigstens die 3-Punkte gleich mitnehmen. Wir laufen den zweiten Halbzeit und gucken, ob wir jetzt Tore sind. Ich hoffe für den Vorgel natürlich. Vielen Dank. Das war so gut, so gut geschossen. Fahre! Schöne los, Schöne los! Schöne los, Schöne los! Das war nichts. Ja! Das gibt's nicht. Vorreiche! Ja! 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 Scheiße! Wir haben doch abseits gewonnen. Wir haben doch abseits gewonnen. Das kann doch nicht sein. Es war doch kein Abseits, oder? Also für mich war es kein Abseits, Leute. Warum sagt keiner ab, sagt Storch? Kommt! Wichtig! Kein Abseits! Ja! 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 Das war's, das war's. Der wird ihn reinhauen, wird er nicht, wollen wir nicht. Die ganze Zeit geläffert von Rottenheimer. Der will unbedingt die rote Karte, hat schon gerade die gelbe gesehen. Komm, mach ihn rein jetzt. Nein, nein, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. 77. Fahre Liebe. 83. Mann. Super, prima. Das kann nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Wir dürfen diese Chancen nicht liegen lassen. Verdammte Scheiße. Zeit ohne Ende. Die letzte Minute. Die allerletzte Minute. Raus, raus. Raus, raus. Raus, verdammte Scheiße. Raus. Raus, raus. Raus, raus. 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 Vielleicht die letzte Abzone. Raus. 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 Applaus 20 plus 6, Tor für die Leute! Geil, geil, geil! Aus 170 Metern! Millions! 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 Was ist die Erbe gegenüber dieser Stimmung? Vermaarazzi! Das lieben, die ihr im Leben haben! Prodekom! 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 Wir wollen nicht drehen! Wir wollen nicht drehen! Thomas Eis! So Leute, die erste Halbszeit war scheiße, die zweite Halbszeit umso geiler. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Like, abonniert den Kanal und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Wie gesagt, wir sind kurz vor den 4.000 Abonnenten. Ermöglicht es uns. Da ist auch noch dazu. Gute, leckere Pommes gibt's hier.